ja hallo hier wieder euer tosum mit let's play skyrim die unendliche und wir sind hier auf der suche nach einem masterspell nämlich der massenlähmung aber müssen dazu rodolphe treffen und das scheint so als ob wir da den akademie der winterfestek fest weitermachen müssen aber wir schauen mal der ist ja noch nicht da das ist das ist tollstier gut zu sehen dass es in himmelsrand immer noch so gute menschen gibt ihr gebt einem alten mann hoffnung okidoki tollstier du bist es ja wir haben natürlich noch immer einen mt wir sind ja noch immer bei der gleichen sitzung wir wollen nicht weitergehen den ort wollen wir auch nicht wissen werf deinen blick darauf ja schauen wir mal was du zu verkaufen hast schnell mal bücher wasseratmung schmarrn bibapo telechinese das ist extrem cool das kauf mir mal steinhaut magier licht massenlähmung dazu brauchen wir einen quest von dir könnt ihr probieren es gibt nichts mehr was ich euch noch lehren könnte ja wir sind so weit ja das stimmt schon gibt es noch etwas dass ich für euch dass ich über veränderungs magie lernen kann ja genau zum jetzigen zeitpunkt nein allerdings nun ich habe daran etwas gearbeitet an einer verbesserung des eben als hautzaubers ich habe fortschritte gemacht aber dann bin ich nicht mehr weitergekommen vielleicht könntet ihr mir dabei behilflich sein ja keine frage um das tun jedoch auch gleich was gibt es für ein problem ich brauche drachen schuppen und zwar nicht irgendwelche drachen schuppen wie gesagt ich habe einige fortschritte mit der essenz der drachen schuppen gemacht aber sie sind einfach nicht stark genug meine erkenntnisse von himmelsrands geschichte sind alles andere als umfassend aber bei meinen forschungen habe ich zwei dinge entdeckt erstens gibt es alte hinweise auf drachen herz schuppen was ich darüber erfahren konnte könnte das genau das sein was ich brauche zweitens gibt es geschichten über einen dolch namens kathot sie ins reißzahn der scharf genug sein soll um einem drachen einzelne schuppen abzusteigen zuerst müsst ihr den dolch finden dann müsst ihr damit einem drachen ein paar schuppen abschneiden vermutlich wenn er tot ist okay ich bin bald wieder mit dem drachen schuppen zurück die auf jeden fall ich habe nur gefragt eigentlich wollte ich nicht mitmachen das wäre wunderbar ich will dafür sorgen dass alles bereit ist aufregend nicht wahr ja und wie ja begonnen der veränderungsritual zauber perfekt sammeln mit hilfe von kapohe zieht reißer und rachlschuppen okay mehr frage ich dich jetzt nicht also gut ja toll dir du bist auch ein cooler also wir machen hier mit dem hauptfest der akademie nicht weiter sondern wir werden uns gleich einmal erkundigen wo wir dahin müssen wir brauchen glaube ich zuerst einmal ja dieses besondere werkzeug das ist das messer da und hurra die gams wo ist denn das zeug seht ihr dann marka irgendwo links rechts oben unten ja na klar sartal gleich einmal nachgeschaut sorry leute das muss sein dorft ihr sartal verschiedenes der veränderungsritual zauber ausklinken einklinken und schon sind wir dabei ja okay und auf der karte anzeigen und dann müsste das jetzt wir laufen da schon wieder ewig durch die gegend was ist denn das der einsamkeit blaue palast da waren wir schon nicht mord halt durch das ganze mord halt durch das wird ein wenig länger dauern dämmersteinmord was ist denn da näher ja dämmersteinmord da egal oder da blauer palast kommen wir auch nicht drüber schmarrn wir werden da einfach da an der küste entlang aber da stoßen wir wieder auf diesen blöden hund ja egal wir reisen dorthin und ruckzuck sind wir auch dort wir holen uns das zeug mal mal sehen ja ja zeit haben wir genug und schauen uns einmal die gegend dort an wieder recht lustig ich nehme mal einen schluck von unserem vodka und ich glaube je mehr ich sauf desto nüchterner werde ich da und genau da sind wir wir müssen aber woanders hin ja bringt euer geld aber bringt keinen ärger ach nee machen wir nicht wir wollen wir schon banditen belästigen die karavan mit jedem schritt aber kajit vertreiben sie normalerweise diese weißen die straße ermüdet diese kajit ja ist schön wir wollen nur wissen ob ihr was zu verkaufen habt der warme sand von elsweir ist weit von hier entfernt die fähige von ihm ist bereit für alle störenfriede je länger wir durch himmelsrand reisen du verlasse mit einem der anderen wenn ihr etwas kaufen wollt ich hoffe ihr kommt wieder um mit uns zu handeln ja da gibt es nichts um handeln du kasper und ich der erwind wett hier bitte und alles zu einem guten preis egal ja ich wollte eigentlich ich bin auf der suche die ganze zeit schon nach einem paar schuhen mit verzauberung und lautlosigkeit ja und ich finde das nicht ewig schon bei jedem händler bei jedem schmied und tot und teufel was machen wir da jetzt äh harmonie lautlosigkeit harmonie kam her masterspell harmonie schauen wir mal ob das wirkt ich liebe diesen sauber gibt es ja nicht das machen wir jetzt anders glaube ich lautlosigkeit und unsichtbarkeit ist noch immer ausgerüstet bei und das schwert des himmelschmiedstahls und das schwert des himmelschmiedstahls ja ja komm her in die linke hand schauen wir mal ist da jemand banditengesetzloser wir werden dich einmal aufs korn nehmen ja ja und dann nochmal ja harmonie da gibt es ja noch mehr oder ja ich muss links arbeiten weil weil die rechts ja immer die die ähm was war das die unsichtbarkeit haben das ist ja noch mehr das ist ja noch mehr wir gebastelt denn da sehe ich da was falsch harmonie kommt echt cool rüber schneebeins am schmarrn drauf kommen laufen wir zu durchsuchen wir die dinger und was warst du noch banditenplünderer ja du hast ja banditen kein mitleid mit banditen ok leute banditengesetzloser pfeilen können wir die trich und gold und nörd mit und nichts verzaubertes egal ja das war es dann auch schon wir müssen da runter wir laufen da mal zu ich glaube nicht die harmonie die harmonie wir müssen da schauen was wir da machen können so soweit kann es ja nicht mehr sein wir sind da eben ja an der küste und das passt auch so wölfe wölfe ja harmonie harmonie ok lass es bleiben wölfe da macht das bild kommt einfach gut wenn man macht gell ja das ist schön aber wenn wir müssten wir auch hier wir haben wir eine Massenlähmung, auf das freue ich mich echt mal, ja, Massenlähmung, ja, bin gespannt wie das rüberkommt, ja, irgendwie, wenn es so schneit, dann, ja, sieht man nicht viel und die Umgebung ist auch nicht gerade die schönste, ja, ich glaube, hier sind wir richtig, ja, und sollten gleich einmal aufpassen, oder? Wir werden gleich einmal, äh, Lautlosigkeit und Unsichtbarkeit, ist sie da? Oh, au, wir müssen da rein, verflixt nochmal aber egal, wir machen das doch gleich einmal ruckzuck äh, ich hoffe einmal, das ist nicht ein unendlicher Dungeon oder wir machen hier einen Schnitt, ja und sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es da heißt Ah, ja, diesen Drachenschuppen, denke ich, irgendwas zu finden Ja, da sind schon Draug Haha, ja, ich glaube sie nicht Ja, das sollten wir lassen, gell? Wer ist denn das da? Bist du perös oder nicht? Ja, schauen wir mal Ich werde einmal ausrüsten, alles was ich kann Na, Vulkan, Leben, äh, Leben Links, rechts und Äh, fragen wir mal Hallo, erst mal Irgendwas muss ich machen, gell? Äh, reden Ja, dann sind Weil, wer seid denn ihr? Ich bin Ansgar Seid ihr hier, um mir zu helfen? Äh, Hilfe, wobei? Ich habe Wokuns Krypte endlich gefunden Die Schriftrolle, die ich suche, muss hier einfach sein Ihr könntet mir helfen, sie zu finden Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist Äh, welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Sollte Wokun tatsächlich so mächtig sein, wie ich vermute Brauche ich wohl ein bisschen Hilfe, um mit ihm, äh, fertig zu werden Äh, da habe ich schon wieder einen Begleiter dabei Da können wir nicht spielen, gar nichts Und was springt, ja, für uns dabei raus Für diese Arbeit, ja Steckt weg, die Waffen verflixt Ihr könnt alles haben Außer der Schriftrolle, versteht sich Äh, tut mir leid, da kann ich nicht helfen Und pipapo Ja, Leute, zu dieser Entscheidung sehen wir uns beim nächsten Video wieder Das ist wahrscheinlich ein wenig länger Ich habe da auch, äh, Zerstörungszauber Die wirklich flächenwiegend sind Ah, da müssen wir uns wieder ganz um Ah, organisieren Nee, schmarrn Ja, okay, bis zur Entscheidung Beim nächsten Mal Wenn ihr einen Laufenden wollt, dann macht ein Abo Und wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter Und wir werden da Ansgar wahrscheinlich doch helfen Ah, schätze ich mal Okay, bis gleich Angenehme Nacht, euer Tose So